Wer kennt das Problem nicht? Man hat unzählig viel Bargeld und weiß gar nicht, wie viel das jetzt genau ist? Genau da helfen ein sogenannte Banknoten-Zählmaschinen oder auch Geldzählmaschinen genannt. In diesem Video möchten wir euch die drei besten Geldzählmaschinen aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. So könnt ihr genau das richtige Modell für eure Ansprüche finden. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen. Für weitere Infos zu den einzelnen Modellen oder um eine der Geldzählmaschinen auch direkt zu bestellen, schaut unbedingt mal unten in der Videobeschreibung nach. Dort haben wir euch nämlich alle drei Modelle mit dem tagesaktuellen Preis verlinkt. Lasst uns nun aber gleich mit der ersten Banknoten-Zählmaschine in dem Vergleich starten. Das beliebteste Einsteigermodell, welches wir euch vorstellen wollen, ist die Raytheotec RapidCount S575. Diese Banknoten-Zählmaschine mit Wertermittlung besitzt eine Zählgeschwindigkeit von ca. 1200 Banknoten die Minute. Geeignet ist das Modell damit vor allem für kleine bis mittlere Zählvolumen. Das Modell ermöglicht dabei eine Stück- und auch Wertermittlung kann also sagen, wie viele Banknoten und welche Banknoten mit welchen Werten gezählt wurden. Außerdem dabei eine Echtheitsprüfung, die beim Zählen gleich miterfolgt. Diese Prüfung ist sechsstufig und beinhaltet unter anderem eine Infrarot- und UV-Prüfung. Weitere praktische Funktionen dieses Modells sind das übersichtliche Display, welches einem wie gesagt die Gesamtstückzahl und auch den Gesamtwert sowie die Stückzahl der jeweiligen Banknoten in Echtzeit anzeigt. Auch kann man alle Einstellungen hier über die Tasten an der Vorderseite vornehmen und das Modell auch über den ausfahrbaren Tragegriff ganz einfach transportieren. In der Anwendung sind hier wie gesagt bis zu 1200 Banknoten die Minute möglich, was sich auf eine Laufleistung von über 400.000 Banknoten pro Jahr hochrechnen lässt. 100 Banknoten lassen sich hier gleichzeitig zählen und damit ist das Modell wie gesagt noch einmal für kleine bis mittlere Zählmengen geeignet. Wer vor allem auf der Suche nach so einem Modell mit solcher Leistung war, der kann nun über den ersten Link in der Beschreibung alles weitere zum Rapid Count S575 von RatioTag erfahren und die Maschine dort auch mit Prime Versand sofort zu sich bestellen. Wer aber auf der Suche nach dann doch noch leistungsstärkeren Geräten ist, der bleibt jetzt gerne dran, denn zwei weitere Modelle möchten wir euch ja wie gesagt noch vorstellen. Aus der Mittelklasse, dem beliebtesten Banknotenzähler im Vergleich, den SafeScan 2465S. Dieses Modell kommt mit einer simplen weißen Optik und einer sehr starken Zählgeschwindigkeit von 1000 Scheinen die Minute. Dabei kann das Modell aber bis zu 300 Banknoten aufnehmen und hat damit vor allem eine höhere Einlegekapazität als das zuerst vorgestellte Modell von RatioTag. Auch ist das Modell mit einer etwas neueren Geldscheinprüfung ausgestattet. Es erkennt sieben fortschrittliche Sicherheitsmerkmale heutiger Währungen. Dazu gehören UV-Tinte, Infrarot-Tinte, Magnetische Tinte, Metallfaden, Farbegröße und auch Dicke. Damit kann das Modell nicht nur die Echtzeit dieser Geldscheine bestimmen, sondern weiß auch immer ganz genau, welche Art von Geldschein sich hier im Einlauf befindet. Das Modell kann also sowohl den Wert des Geldes bestimmen, aber auch natürlich die Anzahl der Geldscheine sofort ermitteln. All dies wird einem über das große Display an der Vorderseite angezeigt. Über das Display an der Seite kann man noch weitere Dinge einstellen. Beispielsweise kann man hier die Additionsfunktion auswählen, um die Anzahl der gezählten Banknoten über verschiedene Läufe hinweg automatisch zu addieren. Oder man wählt die Stapelfunktion aus, um gleiche Stapel von Banknoten zu erstellen. Das heißt, die Maschine besitzt noch eine extra Sortierfunktion, die an die Arbeit im Alltag vereinfacht. Die Geldzählmaschine 2465S von Safescan ist schon ein etwas fortschrittlicheres Modell, welches durch die Zählleistung trotzdem für bis zu mittelgroße Geldmengen geeignet ist. Wenn dieses Modell genau das Richtige für euch und eure Ansprüche ist, dann könnt ihr euch nun über den zweiten Link in der Beschreibung weiter zu diesem Modell informieren und auch diese Banknotenzählmaschine bei Interesse per Primeversand zu euch bestellen. Bleibt aber auch gerne noch dran, falls ihr ein wirkliches Hochleistungsmodell braucht. Als drittes und letztes möchten wir euch den Banknotenzähler 2985SX ebenfalls von Safescan vorstellen. Safescan ist führender Hersteller von Banknotenzählgeräten und der 2985SX ist eines ihrer Topmodelle. Es kommt ebenfalls mit der siebenfachen Falschgelderkennung, zeichnet sich vor allem aber durch eine schnelle Banknotenzählgeschwindigkeit von bis zu 1200 Noten die Minute und einen besonders großen Einlass von bis zu 500 Scheinen gleichzeitig aus. Damit ist das Modell vor allem für größere Mengen an Scheinen geeignet und vor allem auch für verschiedene Währungen. Voreingestellt sind die geläufigsten Währungen wie Euro, Pfund, Schweizer Franken oder US-Dollar. Aber auch bis zu 10 weitere Währungen können mit diesem Modell gezählt werden. Dabei erkennt es bei all diesen Währungen die wichtigsten Fälschungsmerkmale und kann hier nicht nur den Wert dieser Scheine ermitteln, sondern auch die Echtheit dieser überprüfen. Auch weitere Zeitsparfunktionen dieses Modells sind dabei, beispielsweise die praktische Additionsfunktion, um Zählungen über mehrere Läufe hinweg automatisch zu addieren oder auch die Banknotenstapelfunktion, um gleiche Banknoten zu sortieren und zu stapeln. All dies kann im benutzerfreundlichen und auch im mehrsprachigen Schnellmenü ausgewählt und auch die bevorzugten Einstellungen dort gespeichert werden. Die aktuell gezählten Scheine und der Gesamtwert dieser können dabei auch jederzeit über das große Farbdisplay angezeigt werden. Das Besondere bei diesem Modell ist, dass hier auch mehrere verschiedene Währungsarten gleichzeitig eingegeben, vom Gerät erkannt und unterschieden werden können und dass man hier auch in Echtzeit diese unterschiedlichen Währungstypen angezeigt bekommt. Wer also vor allem auf der Suche nach einem besonders leistungsstarkem, funktionsstarkem und auch smarten Modell ist, welches auch mehrere Währungen unterscheiden und zählen kann, der ist beim SafeScan 2985SX richtig aufgehoben. Mehr Infos zu diesem Hochgeschwindigkeits-Banknotenzähler über den dritten Link in der Beschreibung. Schaut so oder so unbedingt mal in der Beschreibung vorbei. Wie gesagt, findet ihr dort auch die anderen beiden Modelle und auch nochmal einen ausführlichen Kaufratgeber zum Thema Geldzählmaschinen. Wenn ihr euch also fragt, worauf ihr genau achten müsst, dann schaut da unbedingt mal rein. Ansonsten jetzt vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Geldzählen.